Musik 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 Sie sind so gut im Boden! Guck den Boden an! Es ist wie Milka! Besser als Milka? Meinst du, das lassen wir auf weiß oder auf blau treten? Ey! Ich werde dich entscheiden! Du? Lass uns auf blau treten! Scheiße! Sag mal Horst, bist du eigentlich zufällig auf das Weiße getreten? Nein. Und was ist denn das hier, Horst? Kannst du mir jetzt erklären? Ich weiß nicht, was du mir hier versuchst, in die Schuhe zu schieben. Was gelappt? Ich bin Arne. Ich bin Horst. Was gelappt? Wir sind wieder auf der WUPAWERFT Studios Baustelle und wir haben hier so ein kleines Suchbild für euch vorbereitet. Was hat sich verändert? Bruder, der Boden ist blau! Der Boden ist einfach blau? Der Boden, in erster Linie. Der Boden ist blau. Blau. Der Boden ist blau. Blau. Einfach blau. Einfach heftig. Ich würde sagen, alle Wände sind weiß, oder? Ach so. Genau, wir hatten ja in der letzten Folge davon berichtet, dass wir mit Antonio gecheckt haben, welche Wände weiß sein sollen und welche Wände gestrichen werden sollen und jetzt kamen wir alle als Team auf die Idee, dass es vielleicht noch fresher sein könnte, wenn wir dieses Blau, das ist unser WUPAWERFT Blau, einfach überall auf dem Boden bezeigen. Ja, und ihr könnt euch immer überlegen, ob ihr das cool findet oder nicht und einen Kommentar schreiben, weil Antonio meinte, es ist überhaupt kein Problem, dann macht das total gerne alles nochmal neu, falls euch das nicht gefällt. Da sind noch so ein paar weiße Flecken, da ist Antonio nochmal rübergegangen zum Spachteln. Wo? Ja, da. Ich weiß. Da darf ich nicht hintreten. Aha. Könnt ihr euch schon vorstellen, wie hier Horst am Rechner sitzt? Das Klo war... Wir sind jetzt hier in einer der wichtigsten Räumlichkeiten, das ist nämlich das Badezimmer. Hier kommt man zum Runterkommen oder hier lässt man was runterkommen und hier kommt auf die Wand auf jeden Fall, zieht euch das rein, Antonio hat da richtig heftig, das sind alles so Muschelstücke, die man da sieht. Ja, so ist auch der Besuch auf der Toilette ein inneres Minigolf. Aber deswegen sind wir gar nicht hier, wir wollten euch nämlich eigentlich erzählen, was wir so mit diesem Ort vorhaben und wie er auch für euch möglicherweise zugänglich ist. Wir wollen hier nämlich auch ein Netzwerk aufbauen, das heißt, dass wir wollen, dass hier Menschen sich auch zu Hause fühlen, die Bock haben, in diesen Bereichen was zu machen. Und dazu werden wir euch in Zukunft nochmal näher berichten, was es mit der Wupperwerf-Mitgliedschaft auf sich hat. Aber bis dahin zeigen wir euch erstmal noch, wie wir von Woche zu Woche immer weiterkommen mit den Studios und wie es hier vorangeht, wie wir die Studios einrichten, wie wir die Fotostudios einrichten, wie wir die Büros einrichten, generell viel Einrichtung. Es kommen jetzt jeden Freitag neue Videos und wir versuchen echt jeden einzelnen Schritt, den wir hier machen, der euch interessieren könnte, zu zeigen. Das sind zum Beispiel Fußleisten. Oh, Fußleisten, das ist eine ganz interessante Sache, die wir gerne in die Tiefe besprechen können jetzt. Weiß, Alternativ, Holzfußleisten. Weil, guck mal, jetzt gerade passt das mega nice hier mit dem Holzrahmen vom Fenster, ne? Voll. Kein, kein, kein Argument? Nein. Wir wissen, was wir alles für Folgen drehen wollen, aber wenn ihr einfach unten in die Kommentare schreibt, welches Thema ihr am interessantesten findet, würden wir checken, dass wir auch dieses Thema als erstes angehen würden. Also sag ich, ich weiß nicht was anderes. Ich würde nur machen, was ich machen würde. Danke fürs Zuschauen, nächsten Freitag kommt die nächste Folge und wir sind zusammen auf dem Weg. Heute 100 Abonnenten, in einem Jahr 150. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Sch摟ốngne